Hallihallo, willkommen zu meiner neuen Serie und zwar JavaFX 8. Das hier ist eine kleine Einführungsepisode, damit ihr überhaupt wisst, was euch so erwartet, worüber der Kurs ist und so weiter und so fort. Wenn ihr endlich die Konsole verlassen wollt beim Java Programmieren oder ihr Swing oder AWT oder SWT oder irgendeine andere Grafik-Lib benutzt und umsteigen möchtet auf JavaFX, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für euch. Schauen wir uns zunächst einfach mal die Abschnitte an. Zunächst kommt die Einleitung, das ist das, wo ihr momentan hört. Zusätzlich kommt aber hier noch die Installation der unterschiedlichen Programme, die notwendig sind, um JavaFX überhaupt programmieren zu können. Weiter geht es dann mit der ersten Anwendung, da ist es sozusagen einfach nur ein Hello World Programm, wo wir hier schreiben und eine kleine Einführung in die GUI-Entwicklung an sich. Das nächste sind dann die Properties, da muss ich mich allerdings gleich mal ein bisschen entschuldigen. Eigentlich habt ihr die Nase ja vermutlich voll von Konsolenprogrammen. Hier in diesem Kapitel müssen wir allerdings leider noch mal zurück auf die Konsole. Es ist einfach noch mal eine Grundlage, geht um was Neues, das mit JavaFX reingekommen ist und das ist wirklich zwingend notwendig, dass man das Ganze einfach versteht. Aber dafür müssen wir halt kurz noch mal auf die Konsole. Als nächstes kommen dann die ganzen sogenannten Controls. Controls sind zum Beispiel Buttons oder irgendwelche Labels, irgendwelche Textsachen in eurer GUI. Das sind alles Controls und die ganzen werden hier vorgestellt. Im nächsten Kapitel kommen dann die sogenannten Layout-Container. Layout-Container sind Klassen, die die Controls untereinander managen, also sozusagen die Position der einzelnen Controls hier an der Stelle festlegen. Dann geht es weiter. Hier wird es richtig interessant das erste Mal meiner Meinung nach. Also das davor ist natürlich auch schon sehr gut, dass man da ein gutes Grundlagenverständnis hat. Hier geht es dann allerdings das erste Mal um etwas, wo man in JavaFX sehr, sehr leicht, sehr grafisch ansprechende Anwendungen erschaffen kann. Und zwar hier sowas, ein Chart kann man sehr, sehr leicht in JavaFX machen. Da gibt es auch verschiedene solche Diagramme, die man erstellen kann, auch Tortendiagramme und so weiter und so fort. Das alles in diesem Kapitel. Das nächste wäre dann das Scene-Bilder. Ein erfahrener oder beziehungsweise man muss nicht mal so erfahren sein. Ich denke mal, jeder von euch kann nach dieser Serie solch eine GUI hier mit dem sogenannten Scene-Bilder erschaffen. Und zwar in unter 5 Minuten. Und die 5 Minuten sind auch nur dann der Fall, wenn ihr euch wirklich Zeit lasst. Da gibt es einfach, der Scene-Bilder ist ein Drag-and-Drop-Programm, über das man solche GUIs sehr, sehr leicht erschaffen kann. Dann muss man die ganzen GUIs allerdings auch stylen. Ja, ihr habt es gerade eben gesehen, das sah jetzt optisch noch nicht so ansprechend aus. Das kann man dann zum Beispiel in CSS machen, in JavaFX. Und dann kann man sehr, sehr leicht den eben gezeigten Taschenrechner nur mit ein paar Befehlen einfach diesen Look hier geben. Oder jeden anderen auch. Also das hier soll wirklich nur ein Beispiel sein. So, und abschließend tue ich dann den Kurs mit dem letzten Kapitel, und zwar über Multithreading. Das ist sehr wichtig bei der GUI-Entwicklung, einfach damit man dafür sorgt, dass die eigene grafische Benutzeroberfläche immer reagiert. Das ist auf jeden Fall sehr notwendig, damit sich das Ganze für den User gut anfühlt. Jetzt kann man sich natürlich berechtigterweise die Frage stellen, hey, warum soll ich mir dafür eigentlich jetzt diesen Kurs holen? Warum benutze ich nicht einfach irgendwelche Tutorials im Internet, die umsonst sind? Und ganz einfacher Grund, oder beziehungsweise schon der Hauptgrund, ist, dass ich regelmäßig auf euer Feedback reagiere. Das heißt mit anderen Worten, wenn euch irgendeine Episode nicht so gefallen hat, das kann ja mal passieren, dann gebt mir einfach kurz Feedback, und falls das für mehrere Leute tatsächlich der Fall ist, dann nehme ich diese Episode einfach neu auf. Das ist auch der ganz große und entscheidende Vorteil gegenüber Büchern. Ja, Bücher, die, ja, released man halt einmal und dann sind die da draußen. Da kann man zwar nochmal eine Auflage machen, aber an den bestehenden Exemplaren kann man natürlich nichts mehr verändern. Hier bei diesem Videokurs ist das Ganze anders. Ich kann sehr dynamisch auf Anmerkungen von euch, von meiner Community hier reagieren und kann eventuell komplett neue Episoden machen. Ich kann auch eventuell komplett neue Abschnitte machen, einfach nur aufgrund des Feedbacks von euch. Und all diese Episoden, also die Änderungen und die zusätzlichen Episoden und so weiter und so fort, die bekommt ihr natürlich dann, solltet ihr diesen Kurs einmal euch geholt haben, kostenlos weiterhin mit dazu. Wichtig ist allerdings, das Ganze hier ist ein Grundlagenkurs. Das heißt, ich gehe nicht wirklich hinter die letzten Ecken irgendwie von JavaFX, außer das wird natürlich von vielen Leuten wirklich gewünscht. Falls ihr jetzt solches Feedback habt, dann könnt ihr mir das entweder direkt hier auf Udemy hinterlassen oder schreibt mir doch einfach eine Mail an jakob.schal.hotmail.com. Gut, ich hoffe, ich kann möglichst viele von euch im Kurs begrüßen und hoffe auf erfolgreiches und unterhaltsames Lernen. Bis dann!